Herzlich Willkommen heute zum Förderprogramm Vipano. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, wo wir jedes Jahr eine ganze Reihe von Unternehmer und Menschen dabei, sich zu gründen, zu wachsen oder schließlich auch das Unternehmen zu verkaufen. Und immer häufiger sind dabei auch Forschungsprojekte gegeben, die dann Förderprogramme beantragen wollen, entweder für die Forschung an sich oder für die Patentierung oder für die Einführung der Ergebnisse in den Markt. Bei dem Förderprogramm Vipano geht es darum, dass ein wissenschaftlicher und technologischer Transfer in dem Markt gewährleistet wird, unterstützt wird. Das heißt externe Kosten, die du brauchst, um Normen und Standards zu formulieren, damit dann deine Forschungsergebnisse auch in den Markt reinkommen, diese werden hier bezuschusst. Das bedeutet also, wenn du externe Dienstleister, Spezialisten hinzuziehst, damit deine Schutzrechtsanmeldung erfolgreich wird und die entsprechenden Normen und Standards entwickelt werden, dass dann der Transfer auch in den Markt gelingt, dann kannst du für diese externen Kosten auch Zuschüsse beantragen. Interne Kosten werden hiermit nicht gefördert. Antragsberechtigt ist jeder Gewerbebetrieb, der die KMU-Kriterien erfüllt, aus weniger als 250 Mitarbeiter, weniger als 50 Millionen Umsatz hat. Aber auch jeder Freiberufler, der wissenschaftliche Mitarbeiter ist, kann hier den Antrag stellen. Nun, wie hoch ist nun der Zuschuss? Und das ist das Gute. Es ist also nicht rückzahlbar, sondern ein Zuschuss, ein vorlauerndes Darlehen. Letztendlich ist der Höchstbetrag 33.150 Euro und du kriegst 50 Prozent davon bezuschusst. Wo kannst du nun den Antrag stellen? Nun, das geht über den Projektträger Jülich und weitere Informationen findest du über die Webseite www.wipano.de. Solltest du Hilfe dabei wünschen bei der Antragstellung, Formulierung der Finanzpläne und der Ausgabenpläne und der Abrechnungs- und Antragsunterlagen, nun, da kannst du gerne jetzt einen kostenfreien Erstgesprächsgutschein hier verwenden, damit du deine Fragen beantworten kannst und auch erfahren kannst, welche Förderprogramme es gibt, wenn wir dich hierbei begleiten. Auch dafür gibt es Zuschüsse bis zu 20.000 Euro. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Antragstellung und bei der Umsetzung deines Vorhabens und lade dich ein, jetzt gerne unseren Kanal zu abonnieren oder uns weiter zu empfehlen. Viel Erfolg wünscht dir dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklungen zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.